Hallo zusammen, mich ist wieder Deutscher und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Collection-Update von mir. Das letzte ist jetzt schon, ja, etwa einen Monat her. Dem bedingt, dass wir zwischendrin ein paar andere Sachen zu tun hatten, hauptsächlich den Mage Tower. Und ja, da habe ich auch die ein oder andere Challenge gespielt. Und ich dachte mir jetzt, mit Ende des Mage Towers haben wir jetzt ein bisschen Zeit, hauen wir einen Collection-Update durch und ich würde sagen, wir starten gleich einmal rein. Ich habe ja einmal hier mein All the Things offen, beziehungsweise ich habe ja mir auch eine schöne Tabelle gebastelt anhand einer Seite. Und zwar an der Seite Data for Azeroth. Da kann man ja ganz schön die verschiedensten Collection-Sachen sehen, wie zum Beispiel den kompletten Completist-Score. Da habe ich ein bisschen Plus gemacht, jetzt bin ich mittlerweile Welt 18, was ganz nice ist. Obwohl ich gar nicht so viel fürs Collecten die letzten Wochen gemacht habe. Hauptsächlich, weil wir ein bisschen im Mage Tower festgehangen waren. Und da gibt es zwar noch ein Achievement und so und einen Mount, aber eigentlich nicht so viel anderes tatsächlich. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal rein, wo wir hauptsächlich unterwegs waren. Vor dem Mage Tower war ich ja so ein bisschen an den Ruffraktionen tatsächlich dran. Und da hatte ich ja schon länger die ganzen Ruffraktionen auf der Allianz-Seite, alle soweit fertig. Aber auf der Hordenseite haben mir ja einige gefehlt, weil ich zwar immer mal wieder ein bisschen Horde gespielt habe, aber jetzt nie wirklich Horde gemaint habe und dementsprechend da auch keine Ruffraktionen hochgespielt habe. Ich habe ja dann im Laufe der Zeit die ganzen Ruffraktionen soweit hochgebastelt. Die, die mir noch gefehlt hatten, waren die, ich würde mal behaupten, die drei Ätzenden. Ruffraktionen heißt, das sind die PvP-Fraktionen. Also das ist einmal Arati, Warsong und dann noch Ultrack Valley. Und da gibt es natürlich auch jeweils eine Ruffraktion. Und da muss ich sagen, hatte ich eigentlich halbwegs Glück. Und zwar, ich konnte alle diese drei Ruffraktionen innerhalb jeweils etwa einer Woche durchziehen. Wenn ich mich jetzt so zurück entsinne, als ich das erste Mal auf Alli-Seite gemacht habe, dann hat das gefühlt ein halbes Jahr gedauert, um eine Ruffraktionen hochzuziehen. Und damals war es tatsächlich auch knackiger. Dieses Mal habe ich die Ruffraktionen jeweils bei Events hochgespielt. Ich habe zum Beispiel Arati hochgebastelt während dem Kinderspielevent. Das ist so ein Arati-Brawl, wo man einfach gegen NPCs antritt. Wenn das gut läuft, dauert das Arati da fünf Minuten und du gewinnst. Also du kannst das eigentlich nicht verlieren, dieses Game gegen diese NPCs. Und das ging irre, irre zügig. Das war eine super Sache. Da konnte man, wenn man das wirklich durchgezogen hat, an einem Tag seinen Schar auf airfrechtig bringen. Also wenn ihr Arati noch braucht, sowohl Alli als Horde, macht das bei dem Kinderspielevent. Es gibt nichts Einfaches. Also im Vergleich, das normal zu machen, das dauert so viel länger. Genau, dann hatte ich Warsong noch nachgezogen. Und zwar gibt es so ein Warsong-Event, wo man zehn Flaggen abgeben kann in einem BG. Da muss man auch nicht die eigene Flagge selber haben, sondern kann einfach die Flagge abgeben, egal was die Gegner machen. Richtig schöne Sache, da bin ich mit meinem Horde-Drewit einfach in der Reisegestalt immer durchgeflitzt, habe die Flaggen abgegeben. Ist nicht ganz so effizient wie das Kinderspiel, aber ich sage mal so, es geht so viel schneller als im normalen Warsong. Im normalen Warsong holst du die Flagge, dann wird die eigene Flagge von den Gegnern geholt. Beide Flaggenträger stehen in der Base rum, die ganzen Leute zergen ein bisschen in der Mitte und es geht nichts voran. Du kriegst eine Flagge durch, keine Flagge durch. Ist ein Riesenkack. Mit diesen zehn Flaggen-BGs, mit diesem Brawl ging es deutlich schneller. Ich habe es in der Woche geschafft, von Null auf airfrechtig damit durchzuziehen. Und das letzte, was ich hatte, war Alteraktal und das hatte ich irgendwie damals in Erinnerung, dass das ziemlich schnell ging im Gegensatz zu den anderen. Aber das hat mir am längsten gedauert. Das habe ich, glaube ich, nicht ganz in der Woche gemacht, sondern eher in Zweien. Und da habe ich sowohl das normale Arati gespielt, als auch zu der Zeit um Weihnachten rum gab es dann auch noch, beziehungsweise es war noch vor Weihnachten, das war Anfang Dezember noch, gab es den Geburtstag von Blizzard. Und da gab es ja noch dieses Korax Rache, schimpft sich das, glaube ich, also das alte Arati. Äh, alte Arati sage ich hier, Alterak Tower, Alterak Valley, Sorum, nicht Tower. Jetzt wird es aber mit dem Namen schwierig. Und da konnte man auch ganz gut Ruf noch verhaben, aber ich glaube, mit meinem normalen BG ging es auch recht gut. Und damit habe ich jetzt die letzten paar Ruf-Faktionen abgeschlossen. Und ihr seht, jetzt habe ich insgesamt 201 Ruf-Faktionen. Mehr kann man aktuell nicht kriegen. Und, ähm, ja. Und da seht ihr es. Hier waren die letzten, am 8. Dezember habe ich das dann noch abgeschlossen. Und damit bin ich jetzt mit, muss man natürlich fairerweise sagen, mit anderen auf Platz 1. Ich bin nicht der Erste, der alle Ruf-Faktionen hat. Das sind jetzt mittlerweile, äh, 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin der Sechste, der alle Ruf-Faktionen auf ehrfürchtig hat. Und, ja, aber mit auf Platz 1 quasi. Und damit sind für mich erstmal Ruf-Faktionen abgeschlossen. Zumindest, äh, die einmal hochzuspielen. Eventuell muss ich noch die eine oder andere Ruf-Faktion dann hochspielen, um mir noch irgendeinen T-Mock von anderen Rüstungsklassen zu holen. Aber, das ist jetzt erstmal nicht so ganz oben auf der Liste. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal meine Tabelle ein bisschen an, die ich, äh, gebastelt hatte hier. Ich habe die jetzt ein bisschen abgeändert, weil, ähm, auf der Data-Phase-Rot-Seite hat sich die Sache auch ein bisschen geändert. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir da einmal rein. Also, das letzte Mal waren wir am 1. Dezember dabei. Und jetzt haben wir den 5.1. tatsächlich. Heißt, über einen Monat zwischendrin. Es waren jetzt vier Wochen Mage Tower. Da habe ich ehrlich gesagt nicht viel collected. Und davor, ähm, ja, war ich auch schon ein bisschen eher bei den Berufen an sich dran. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben einen Collection-Score plus gemacht. Also, wir sind von 725.000 auf 730.000. Erstmal sind wir von Rang 21 auf 18, was sehr gut ist im World-Rang. Und Punkte habe ich 4.600 irgendwas plus gemacht. Drei Ringe haben wir plus gemacht. Bei den Achievements haben wir 65 Achievement-Punkte plus gemacht. Das setzt sich einerseits daraus zusammen, dass ich, ähm, hier im Mage Tower halbwegs erfolgreich war. Und die Mage Tower-Achievements habe. Und dann habe ich noch ein bisschen was bei den Venture gemacht. Ich habe ja alle, ähm, Achievements bei den verschiedenen Covenants schon erledigt gehabt. Aber halt teilweise auf Twings. Und das Problem ist, dass, ähm, ja, dass die Seite nicht ganz trackt, ne? Also, wenn man auf der, ähm, ich wollte hier gerade jemanden anhandeln, sehe ich gerade. Und, dass man, wenn man auf der, ähm, Seite hier, auf der Art der Fahrt zerrott, wird das leider nicht vernünftig getrackt, wenn man die Achievements auf Twings gemacht hat. Dann muss man diese Achievements bei den verschiedenen Covenants leider auf einem Charm machen. Jetzt muss ich die nochmal angehen. Und der eine oder andere weiß vielleicht von euch, dass das ein bisschen länger dauert. Und vor allem die ganzen Ruf-Fraktionen im Gluthof hochzumachen. Und da bin ich im Moment so ein bisschen dran. Jetzt habe ich da fast alle Achievements nochmal auf dem Main hier gemacht. Und das sind, denke ich mal, die anderen Erfolge. Weil das hier sind ja nur 30 Punkte zusammen. Und die anderen werden halt noch ein paar von den Venture Achievements tatsächlich sein. Genau, so viel dazu. Dann, ähm, Mounts habe ich zwei plus gemacht. Erstmal einmal das Mount vom, ähm, Timewalker-Event von Legion, das ist ja neu reingekommen. Plus das Mount aus dem Mage Tower. Da muss man ja alle sieben Challenges abgeschlossen haben, alle verschiedenen. Das habe ich gemacht. Ich habe insgesamt jetzt, äh, 20 Challenges abgeschlossen. Eigentlich war mein Ziel, alle 36 abzuschließen. Ich war zwischendrin ein bisschen demotiviert. Ich glaube, ich habe die, für die ersten, also ich glaube, bei meinem Tank-Drill, habe ich, glaube ich, am Anfang 100 Trice gebraucht, um die Tank-Guardian-Challenge zu schaffen. Dann war ich bei der Eule dran und habe da 200 Trice runtergerissen, um die Eule zu schaffen. Bei der Katze waren es, glaube ich, vielleicht nur so 50. Und beim Heiler weiß ich nicht mehr auch vielleicht sowas wie bei der Katze, ne? Und dann war ich, dann, das hat ewig gedauert. Dann war ich ein bisschen demotiviert, dachte mir, okay, ich schaffe das eh nicht in den zwei Wochen, äh, alle Challenges. Und dann habe ich es ziemlich ruhig angelassen. Beim Demo-Hacks habe ich auch noch rumgeslackt. Und dann habe ich die anderen Klassen gemacht. Ich habe teilweise Worry 5 Trice, 1-Spec-First-Try geschafft. Tank habe ich, glaube ich, auch 10, 15 Trice noch gebraucht. Mage war dann auch ähnlich gut. Da war ich teilweise auch bei unter 10 Trice, die Trice. Oder Hunter habe ich 1-Spec, ich glaube, hier Survival, habe ich 15 Trice gebraucht. Und bei den anderen beiden, bei Marksman und Beastmaster, jeweils 5 Trice gebraucht. Also, äh, ich habe dann blöderweise am Anfang mich von dem Druid, wo ich die Challenge, die waren irgendwie, weiß ich nicht, härter, ich kann es euch nicht sagen. Oder ich habe da ziemlich rumgegimpt, habe da auch am Anfang ziemlich Kopfschmerzen mehr gehabt, wo ich die Trice gemacht habe. War vielleicht auch nicht so clever, das da zu machen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und dann war ich am Anfang demotiviert und habe dann nur noch alle 2-3 Tage ein paar Mage-Tower-Dinger gemacht. Und dann am Ende gesehen, okay, da sind sehr, sehr viele einfache dabei, die gehen richtig schnell. Ich glaube, Pala-Tank habe ich auch nur 3 Trice gebraucht, wo ich gedacht hätte, das wird bestimmt voll krass. War es halt nicht, ne? Und für Gelder war das gleiche, wie ich es letztens gemacht habe. Also, naja. Und ich überlege, dass ich, ich habe mit meinem Main-Spec, habe ich x-mal mehr Trice gebraucht, als mit dem Pala-Tank, Worry-Tank und DH-Tank zusammen. Also, ich weiß nicht, ob es am Scaling liegt oder, äh, oder ob die das dann nochmal genervt haben oder keine Ahnung. Also, irgendwas hat da nicht ganz gestimmt. Ich ärgere mich ein bisschen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich komplett dann durchgezogen hätte, vielleicht alles schaffen können. Egal, jetzt machen wir das dann halt beim nächsten Mage-Tower-Event. 20 habe ich jetzt schon mal. Das ist eine gute Basis. 16 brauche ich jetzt noch. Es sind natürlich ein paar Heiler-Specs dabei, wo ich sagen muss, na, Heiler, ne? Spiele ich jetzt nicht so oft. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber das wird, das wird auch funktionieren. Gut, weiter hier in der Geschichte. Pet-Score haben wir nichts plus gemacht. Pets gab es jetzt in der Zeit keine neuen. Toys habe ich ein paar plus gemacht und zwar acht Stück insgesamt. Und zwar waren das die Toys aus der Kiste. Ähm, also aus den, äh, Emissary-Kisten. Da kamen ja vier dazu. Die habe ich jetzt mittlerweile alle bekommen. Dann, ähm, war das, glaube ich, ein Toy vom, ähm, Time-Walker. Dann sind wir bei fünfen. Dann habe ich ein Toy bekommen aus Torgas. Das war das letzte, was mir da noch gefehlt hatte. Ich habe das gar nicht mehr aktiv gefarmt. Ich hatte irgendwie eine, eine, äh, eine Berufungs-Quest, dass ich nach Torgas rein musste. Und die hat halt Night-Fear-Roof gebracht. Und ich brauche Night-Fear-Roof noch für die Soul-Shape gestalten. Dann dachte ich mir, komm, dann gehst du jetzt halt mal wieder nach langen Torgas. Lauf einen Run, krieg das Toy, ne? Dachte mir, ja, nice. Läuft bei mir, ne? Das war noch. Und ich habe auch das Tournament-Toy bekommen. Ich habe nämlich das Tournament auch noch gespielt. Ich weiß nicht, ob das, wann das jetzt genau war. Ob ich das im letzten Video schon erwähnt habe. Aber ich glaube nicht. Äh, Banner ist das, glaube ich. Das ist das hier. Hier, gequältes Banner, das, äh, äh, Moment. Ja, doch, ja, das ist das hier. Ich wollte gerade sagen, das war es doch, ja. Hier. Da leuchtet man dann so komisch. Es gibt so viele Banner mittlerweile. Seht ihr, dann hat es so ein gelbes Leuchten. Es hat dieses, ähm, diese Zeituhr von M-Plus mit dabei. Ist eine schicke Geschichte. Brauchen tucht man das jetzt nicht unbedingt. Aber, dass man quasi die Toysammlung komplett hat, ist es ganz nett. Und dafür habe ich mich mit der Gruppe beim Tournament-Event angemeldet. Und das einmal mitgenommen. Und, ach ja, was ich auch noch gekriegt habe, ist das Toy vom, ähm, Winterhauchfest, ne. Das ist jetzt hier auch raus. Jetzt sind bei Toys nur noch, ähm, Nobelgarten drin. Sonnenwend, äh, ist auch nochmal Sonnenwend, Nobelgarten, Sonnenwend. Also das ist nur noch, äh, von kommenden Events. Und halt das Feuerwerk, was du leider nicht mehr kriegen kannst an Promotion-Dingern. Genau, und dann, schauen wir mal weiter. Toys hat mir geguckt. Appearance habe ich 500 dazu bekommen. Äh, ich habe jetzt nicht mehr wirklich Appearance gefarmt. Sondern ich habe halt nur in meinem Auktionshaus alles, was unter 10k ist, habe ich halt immer rausgekauft für alle Rüstungsklassen. Da sind ein bisschen was zusammengekommen. Und ich habe ein bisschen, war ich unterwegs in Dungeons und Raids für meine Rezepte. Das ist nämlich das zweite, was ich hauptsächlich gemacht habe. Ich habe hauptsächlich Mage Tower gemacht. Also ich habe die Ruf-Fraktion fertig gemacht. Mage Tower. Und ich habe ziemlich viel für Berufe gefarmt. Hauptsächlich zwar Ruf auch, dass ich mir Rezepte holen kann. Aber auch ein paar Dungeons und so. Und da habe ich nebenbei auch ein bisschen T-Mock gekriegt. Immerhin 500 Teile. Jetzt nicht gezielt gefarmt. Aber so summiert sich halt nebenbei ein bisschen zusammen. Einen Titel haben wir dazu bekommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für einen Titel ich dazu bekommen habe. Da muss ich passen. Kann wieder so ein Bug sein wegen Covenant Switch. Da sind ja teilweise dann auch Titel Minus und wieder Plus gekommen. Also das ist ein bisschen komisch. Reputations haben wir 5 Plus bekommen. Habe ich ja vorher schon gesagt. Das sind diese PvP-Sachen, an denen ich dann auch gearbeitet habe. Rezepte haben wir 200 Plus gemacht. Klingt jetzt nicht so viel, dass ich das auch hauptsächlich gemacht habe. Liegt ein bisschen dran. Bei vielen Reputations bin ich hauptsächlich am Ruf farmen. Da farmst du dann über zwei Monate jeden Tag die Dinge und kriegst dann am Ende, wenn du es hast, ein Rezept. Das ist sehr viel Aufwand. Aber das muss man halt auch machen. Ich mache halt erstmal die Sachen, die langwierig sind. Und dann farme ich mir die Rezepte, die man in Anführungszeichen schnell kriegen kann. Dass ich die Sachen, wo ich langwierig dranbleiben muss, dass ich die als erstes angehe. Einfach, dass ich dann insgesamt schneller am Endpunkt bin. Quests habe ich auch ein paar Plus gekriegt. Die werden wahrscheinlich dann von dem Berufsquest sein. Manche, zum Beispiel den Leech muss man auch ein bisschen durchquesten, dass man Rezepte bekommt. Und ja, Pets gab es nichts dazu. Jetzt haben sie das ja aufgeteilt. Ich sehe gerade, hier ist ein zwischen Legacy Achievements und Feast of Strength. Ich habe ein Feast of Strength Plus gekriegt. Das weiß ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was das ist. Was ich da Plus bekommen habe. Keine Ahnung, sage ich euch ganz ehrlich. Moment, ah doch. Moment, wir können das ja einfach nachschauen. Fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich im Winter auch fest, oder? Müsste es sein. Ah, seht ihr? Ja, ja, das ist vom Winter auf fest. Das habe ich Plus gekriegt, weil die Heldentat, die da ja auch darunter zählen müsste, vom Match Tower, da habe ich ja leider nicht alle 36 Challenges. Dann, genau, Legacy Chiefs war nichts. Allscore haben wir auch nichts Plus gemacht. Doch, nee, Allscore haben wir nichts Plus gemacht. Allscore haben wir es Plus gemacht. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen den ein oder anderen Char über Timewalker gelevelt. Das waren ja auch ein, zwei Timewalker-Events. Aber ich glaube, das ist hauptsächlich hochgegangen, weil ich mir ein paar Test-Chars erstellt habe, um die Transmog-Sachen, die ich für alle möglichen Rüstungsklassen gekauft habe, zum Beispiel auf Blackmoor, auch lernen zu können. Ich habe auf Blackmoor, auf Alli-Seite, nur den Druid auf Max-Level. Und dann habe ich mir einfach diese Level 50er, habe mir ein Level 50er Plattenketten- und Stoffchar gemacht, dass ich die T-Mog-Sachen lernen kann. Deswegen der Allscore, das werden ein paar Level von den Timewalker-Dungeons sein. Und das meiste wird halt, wenn halt diese Test-Chars sein. Die werde ich dann halt wieder zwangsläufig löschen, weil die sind ja nur temporär da. Und dann stelle ich mir einen neuen Test-Char einfach hin, um das T-Mog zu löschen. Lustige Randnotiz, Blizzard hat irgendwo drinstehen, dass man mit Test-Chars keinen T-Mog mehr lernen kann oder dass das anscheinend nicht mehr gehen soll. Es geht halt irgendwie trotzdem. Also ich weiß nicht, was sie da geschrieben haben. Es steht bei ihnen auf der Seite als so eine Erklärung. Aber keine Ahnung, es geht halt irgendwie trotzdem. Also kann es definitiv bestätigen. Und dann haben wir noch ein bisschen die Ehren-Level hochgeballert. 43 Ehren-Level, ich bin ja nebenbei immer im BG unterwegs. Auch ein bisschen die Ehren-Aber-Kills haben wir hochgehauen, 10.000. Das farm ich jetzt nicht aktiv. Ich farm hauptsächlich Ehre, um mir Ehren-Abzeichen zu holen. Da habe ich jetzt auch wieder relativ viele. Und zwar, hier seht ihr, wir sind jetzt wieder bei 4.800 und ein paar Zagter von 2.000-Account. Da habe ich auch noch ein paar rumliegen. Also wir gehen so langsam wieder auf die 5.000 zu. Und demnächst müsste ich wieder einige raushauen, dass wir da dementsprechend wieder das ein oder andere an T-Mog kaufen können. Und darf wieder für alle möglichen Klassen. Ich glaube das letzte Mal, ich habe 2.000 rausgehauen und habe ja Burning Crusade, Wattle, Cutter und Teile von MOP gekauft. Ich glaube nur noch die Plattencharfs fehlen mehr. Und da würde ich dann weitermachen. Da müsste ich mir von den Plattencharfs noch MOP-Transmog kaufen. Dann haben wir WOD, Legion und BFA ist glaube ich nicht so viel. Da habe ich mir glaube ich schon mal das ein oder andere gekauft tatsächlich in BFA. Aber Legion ist sau viel und WOD sind auch relativ viele Items tatsächlich. Genau. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Das sind jetzt soweit die Sachen von Darth of Azeroth. Ich habe mir dann noch rausgesucht, wie es im All the Things aussieht. Und da ist ehrlich gesagt nicht viel passiert, weil wie gesagt, ich habe hauptsächlich Berufe gemacht. Mage Tower und ja, im All the Things. Wir waren auf noch fehlenden Sachen. 1.441 und jetzt bin ich bei 1.375. 66 Teile sind beim Druid runtergegangen, was nicht viel ist für den ganzen Monat. Aber wie gesagt, beim Druid habe ich glaube ich nichts wirklich gefarmt auf dem Char. Es sind auch glaube ich 5 oder 6 Updates in der Zwischenzeit gekommen. Also es kann auch mit den Updates zusammenhängen. Blizzard sage ich, die Entwickler von All the Things tun teilweise dann Kategorien irgendwie anders zusammenstellen. Dann kann sich die Zahlen auch ändern, obwohl man auch vielleicht nicht viel gefarmt hat. Und beim Account-Modus hat sich mehr getan. Da habe ich ja aber auch einiges gemacht, weil ich halt die Berufssachen bei den anderen Charts gefarmt habe. Und da sind wir von 46.258 fehlenden Items auf 44.604 runter. 1.654 Sachen sind es weniger geworden. Und vom Prozent her, achso, da muss ich Nachkommastellen einzeigen, sonst passiert da nichts. Okay, ich habe nämlich vorher meine Tabelle wieder ausgekramt. Dann machen wir doch mal mit Nachkommastellen. Ja klar, da passiert trotzdem nichts. Da bleiben wir bei 0.0. Aber hier haben wir dann zumindest 0.15. Das ist im Account-Completisten-Modus natürlich doch schon ein bisschen was, obwohl es nicht auf den ersten Blick viel aussieht. Genau, das war es eigentlich jetzt mit dem Ganzen, was ich so die letzten Wochen gemacht habe. Und ja, jetzt würde ich sagen, werde ich demnächst, wie gesagt, die Airnabzeige noch ein bisschen auf den Kopf hauen. Da werden wir, denke ich mal, das ein oder andere noch an Transmog rausholen. Und ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen weitermachen mit den Berufen tatsächlich auf meinen Twings. Da bin ich, ich kann da mal kurz was zeigen. Ich habe da ja noch mehr Tabellen hier. Ich bin ja mittlerweile so ein kleiner Tabellenfuchs geworden. Zum Beispiel bin ich sowohl Schneider, VZ, Inschriftenkunde, Alchi, Juve und Inji am Ruf farmen. Das sind jetzt zum Beispiel die Rufsachen, die ich in BFA zum Beispiel farme. In Shadowlands bin ich schon fast mit allen Chars durch den Ruf zu farmen. Also da habe ich mit den meisten Chars schon den Respekt oder den respektvollen Ruf bei den meisten Fraktionen, wo ich es halt bei dem jeweiligen Beruf brauche oder halt wohlwollend bei Dead Advanced Fraktionen. Und schon zu Genüge Kort hier gemacht, beziehungsweise dann den Kodex. Da muss ich dann auch immer auf Rang 4 hochfarmen. Also da habe ich schon länger auch gefarmt. Aber jetzt bin ich auch halt in BFA am Farmen. Da seht ihr, ich muss zum Beispiel beim Schneider respektvoll beim Klutorden werden oder beim VZ. Fast bei den ganzen Fraktionen, Inschriftenkunde. Da braucht man dann immer diesen Vertrag, dass man mehr Ruf kriegt. Da muss man auch immer respektvoll sein. Ich habe es hier schon mal grün markiert, wo ich schon respektvoll bin. Oder beim Eilichi, da brauche ich dann auch relativ viele Fraktionen, Juve, Inji. Also da bin ich dann jeden Tag die Emissary Quests am machen. Oder auf Mechagon mache ich täglich diese eine World Quest, die man hat, die relativ viel Ruf bringt. Also da bin ich schon ganz gut ausgelastet. Und ich mache jeden Tag die Juve Daily mit zwei Chars im Moment. Ich habe da schon mittlerweile über 100 Marken. Also diese Juve Marken, wo man dann Rezepte kaufen kann. Die gebe ich dann aber irgendwann mal gebündelt aus, habe ich mir überlegt. Also ich fahre mir da mal, ich glaube 500, 600 braucht man da tatsächlich zusammen. Und dann werde ich die auf einmal quasi raushauen. So viel noch dazu. Und mit dem Druid, jetzt wo der Matchtower zu Ende ist, habe ich jetzt erstmal nicht vor, gleich wieder ins T-Mog-Farmen oder irgendwas zu gehen. Sondern ich brauche ja am besten, bevor die Season endet, hier noch zwei Sachen. Und zwar muss ich einmal ein bisschen PvP anfangen. Ich habe noch kein einziges rated PvP-Match in der Season gespielt. Und die Season läuft schon eine Weile. Zu viel anderes Zeug vorgehabt. Ich muss jetzt mit Arena anfangen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich morgen oder die Tage mal loslegen. Und muss mir auf jeden Fall das Mount erspielen. Das zählt dann nämlich als zwei Mounts, sowohl als quasi Horde und Ali-Variante. Dann muss ich noch Ding umhauen. Sylvanas, da muss ich mich noch um den Kill kümmern. Und ja, sonst weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht mehr ausgehen, weil die Season wahrscheinlich nicht mehr so lang geht. Aber ich werde mal gucken. Vielleicht kann ich, wenn es gut läuft, versuche ich hochzuspielen. Vielleicht kann man sich irgendwie das Gladi-Mountain noch sichern. Wird aber wahrscheinlich ein bisschen knapp, wenn man jetzt im Moment mit Null startet. Aber wir werden es sehen. Versuchen kann man es ja mal. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich mich hauptsächlich auslasten. Die nächste Zeit heißt PvP mit dem Main zu machen. Und mit den Twings weiter alle möglichen Daily-Routinen durchzulaufen und wie Berufssachen mitzunehmen. Das will ich jetzt so als nächstes machen. Ich hatte es vorhin auch schon im Stream mal erwähnt. Ich habe vor, das jetzt irgendwie so anzugehen. Erst die Reputations zu machen. Dann jetzt die Rezepte. Das wird halt auch nur eine langfristigere Sache. Nach den Rezepten die ganzen Quests. Dann auf die Titel zu gehen. Und als letztes auf die Appearance. Weil das der größte Haufen ist. Und Achievement-Punkte, Mounts, Pets und Toys. Die habe ich ja eh mal im Blick. Und da bin ich bei allen relativ gut tatsächlich. Gut, dann sind wir wieder mal mit dem kleinen Collection-Update am Ende. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es wie gesagt weiter oder wieder wöchentlich mache. Wahrscheinlich nicht, weil sich jetzt nicht so viel tun wird pro Woche. Muss ich mal gucken, was ich da für ein Rhythmus dann dafür wähle. Aber ihr werdet ja dann sehen, wenn es ein neues Collection-Update gibt. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Taylor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.